hallo willkommen bei münzringe.de mit neuem Equipment heute machen wir einen münzring aus einer walk in liberty in größe 70 poliär das ist das gute stück so hier kommen wir da Spannende Musik Oh. Passt. Mittelschnecke. Perfektes Loch, schön mittig. Jetzt wieder entgräben. Und zunächst mal Plüe. Und zunächst mal. Und zunächst mal. So, wir wollen die Seite als Ringseite haben. So kommt die Seite nach unten. So, wir wollen die Seite als Ringseite. So, wir wollen die Seite als Ringseite. So, wir wollen die Seite als Ringseite. Und nochmal Plüe. So, wir wollen die Seite als Ringseite. So, wir wollen die Seite als Ringseite. So, wir wollen die Seite als Ringseite. Das können wir am Ringstretch haben, schön vorgestellt. Das ist ein Ringstretch. Das ist ein Ringstretch. Das ist ein Ringstretch. So. Was ist das? Oh, okay. Okay. So, wir brauchen Ringgröße 70, also kann man bis zum Anschlag runter haben. So sieht er jetzt aus. Jetzt sind wir hier bei 73, wenn man das erkennt. Kommt schon, 73. Und jetzt drücken wir den auf 70 runter und dann wird er noch von der konischen Form, ich weiß auch nicht, dass er das erkennen kann. Von der konischen Form geht er dann noch runter auf die Gerade. Soll ich noch mal bis hin, bis hin, bis hin, bis hin. Okay. 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 Jetzt sind wir bei 69 und ein bisschen. Das machen wir jetzt schon. Gerade hier ist der Ramp. Da sieht man das. Den kann ich hier so ein bisschen rauspupeln. Das ist so ein bisschen rauspupeln. Das ist das Wichtigste. Es war ein 1.70 Meter Ja Ich bin glücklich Ich bin glücklich Ich bin glücklich So, jetzt geht es an die Feinarbeit. So, jetzt geht es an die Innenkollegen. So, jetzt geht es an die Feinarbeit. 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 So, jetzt geht es an die Feinarbeit.